Hallo liebe Deutschlerner, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Heute schreiben wir wieder einen guten und schönen Brief für die DTC Gast B1. Viel Erfolg und wir fangen sofort an. Hallo wieder. E-Mail schreiben B1. Wir lesen die Aufgabe vor. Sie wollen sich mit fünf Kolleginnen und Kollegen nach der Arbeit oder nach dem Kurs treffen. Sie wollen zusammen etwas essen und noch etwas anderes zusammen machen. Schreiben Sie den Kolleginnen und Kollegen eine E-Mail. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Die Punkte sind, wann und wo treffen, was essen, was sie noch machen wollen und Ende Punkt, wie lange. Das war die Aufgabe und die Punkte. Jetzt die Lösung. So, meine Freunde und Freundinnen, die Lösung. Hier ist ein E-Mail. Brauchen Sie keinen Ort und Datum zu schreiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht's euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wir kommen zum ersten Punkt, wann und wo treffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie geht's euch? Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wollte vorschlagen, dass wir uns nach dem Kurs am Montag, 9. September treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich wollte vorschlagen, ich wollte vorschlagen, dass wir nach dem Kurs, ich wollte vorschlagen, dass wir uns nach dem Kurs am Montag, 9. September treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich denke, ich denke, es wäre schön, den Abend zusammen zu verbringen und noch etwas außerhalb des Kurses zu unternehmen. Ich wollte vorschlagen, dass wir uns nach dem Kurs am Montag, 9. September treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Ich denke, es wäre schön, den Abend zusammen zu verbringen und noch etwas außerhalb des Kurses zu unternehmen. Wie wäre es, wenn wir uns um 17 Uhr vor dem Kino treffen? Ich denke, es wäre schön, den Abend zusammen zu verbringen und noch etwas außerhalb des Kurses zu unternehmen. Wie wäre es, wenn wir uns um 17 Uhr vor dem Kino treffen? Wann und wo treffen? Erster Punkt. Wie wäre es, wenn wir uns um 17 Uhr vor dem Kino treffen? Von dort können wir zusammen in ein Restaurant gehen. Wie wäre es, wenn wir uns um 17 Uhr vor dem Kino treffen? von dort können wir zusammen in ein Restaurant gehen. Es gibt ein nettes Restaurant in der Nähe, das leckere Gericht und Spezialität, zum Beispiel Pizza und Kuchen anbietet. Von dort können wir zusammen in ein Restaurant gehen. Es gibt ein nettes Restaurant in der Nähe, das leckere Gericht und Spezialität, zum Beispiel Pizza und Kuchen anbietet. Von dort können wir zusammen in ein Restaurant gehen. Zweiter Punkt, was essen. Zweiter Punkt, was essen. Es gibt ein nettes Restaurant in der Nähe, das leckere Gericht und Spezialität, zum Beispiel Pizza und Kuchen anbietet. Ich hoffe, das sagt euch allen zu. Falls ihr andere Vorschläge habt oder habt, lasst es mich bitte wissen. das war zweiter Punkt, was essen. Ich hoffe, dass es es sagt euch allen zu. Falls ihr andere Vorschläge habt, lasst uns, lasst es mich bitte wissen. Wir schreiben weiter. Nach dem Essen können wir vielleicht noch einen gemütlichen Spaziergang durch den Park machen oder zu einer Bar gehen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Falls die anderen Vorschläge was sie noch machen wollen. Punkt 3 Nach dem Essen könnten wir vielleicht noch einen gemütlichen Spaziergang durch den Park machen oder zu einer Bar gehen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Nach dem Essen könnten wir vielleicht noch einen gemütlichen Spaziergang durch den Park machen oder zu einer Bar gehen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Falls jemand eine andere Idee hat können wir gerne absprechen. Ich dachte dass wir den Abend bis 23 Uhr zusammen verbringen könnten und natürlich viel Spaß haben. Nach dem Essen könnten wir vielleicht noch einen gemütlichen Spaziergang durch den Park machen oder zu einer Bar gehen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Falls jemand eine andere Idee hat können wir gehen absprechen. Ich dachte dass wir den Abend bis 23 Uhr zusammen verbringen könnten und natürlich viel Spaß haben. Ich dachte dass wir den Abend bis 23 Uhr zusammen verbringen könnten und natürlich viel Spaß haben. Wir schließen ab. Ich freue mich auf ihre Rückmeldung und hoffe dass ihr dabei sein könnt. Ende Punkt wie lange. Ich dachte dass wir den Abend bis 23 Uhr zusammen verbringen könnten und natürlich viel Spaß haben. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und hoffe dass ihr dabei sein könnt. Am Ende viele Grüße oder liebe Grüße. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und hoffe dass ihr dabei sein könnt. Viele Grüße oder liebe Grüße. So meine Liebe wir haben schon über alle Punkte geschrieben das war die Lösung. So meine Freunde und Freundinnen wir sehen schon wieder am Ende des Videos ich bedanke mich ganz herzlich für Zuschauen für ihre Kommentare wir sehen uns schon bald mit einem neuen Video wieder viel Erfolg bei der Prüfung liebe Grüße und bis bald